Bitteschön. Viel Spaß. 12 Euro für ein bisschen Popcorn und eine Cola. Das ist Wucher. Würde ich nicht machen. Ich hätte gerne eine große Popcorn und eine Cola, bitte. Allmann im Kino. Ja, Entschuldigung. Sie müssen einmal räumen. Das ist mein Platz. Das halbe Kino ist frei. Ja, ja, aber das ist ... Ich will mich da jetzt ungern wiederholen. Das ist mein Platz. In Ernst? Ja. Bei den Hottentotten oder was? Nicht jeder machen, was er will. Na gut. Dann machen wir es uns mal gemütlich. Oh, da kannst du doch einmal gegenhalten. Hilfsbereitschaft ist auch irgendwie vergessen in diesem Land, ne? Wie wollen wir das mit der Armlehne regeln? Ich könnte vorschlagen, dass wir sagen, die Hälfte des Films meine, die Hälfte des Films ihre. Oder dass wir quasi sagen, der vordere Teil gehört mir, der hintere Teil gehört ihnen. Okay. Ähm ... Ja. Oder so. Im Prinzip bekommt der Mittlere ja eh mal beide Lehm. Entschuldigung. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser extrem nervtötend sein? Dankeschön. Das sind doch gerade nur Trailer. Übertreib mal nicht. Ja, ich will vielleicht den Trailer auch sehen. Vielleicht will ich wissen, was ich als nächstes konsumieren will. Es sind hier gerade Phase, ey. Anzeige ist raus. Völlig in Absurdistan angekommen. Digger, grad eben wolltest du nicht. Hast du richtig rumgegeiert? Jetzt sind sie von mir. Also ab jetzt krieg ich nichts mehr? Nein, du wolltest nicht. Okay. Kein Problem. Ja, das ist ein klassischer Anfängerfehler. Du bist jetzt leer, ne? Und der 90-Minüter hat noch nicht mal angefangen. Ja. Du bist mächtig dreist, Digga. Mächtig. Es ist immer wichtig, sich was von zu Hause mitzunehmen. Das hat vielleicht einen Euro gekostet. 50 Cent, 1,50. Hast du gut gemacht. Ja. Wie sagt man das bei euch, wenn man was gut gemacht hat? Hast du gut gemacht? Nein, ich meine in deiner Sprache. In meiner Sprache? Ja. Mashallah. 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 Mashallah Marshmallow. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tschuldigung. Ha, ha. Das ist ein richtiger Schenkelklopfer. Ha, 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 ha. Au. Film geht los. Ja, wadabadoo, Spronsfreunde. Das wird ne Gaudi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah, ha. Ach so. Wahnsinn. Wirklich technisch, top. Ist nur Dolby's around. Ja. Wurde nicht geschossen im Kino. Das ist Dolby's around. Und, uh, Heidewitzker. Was? Mal 2-1? Witz? War gut, was war ... Kann man das noch mal ... Kann man die Vorführung noch mal zurückdrehen irgendwie? Ich hab den Witz verpasst, deswegen. Was war da jetzt? Kannst du mir das erklären? Ich versteh die Witze nicht, wenn sie so laut lachen. Jetzt hab ich's verstanden. Mega, das ist gut. Schenkelklopfer. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Entschuldigen, könnten Sie vielleicht noch ein bisschen lauter schmatzen? Ah, tschau. Weil ich wirklich, ich find das ganz, ganz toll, wenn ich die ganze Zeit beim Filmen noch dieses ... So daneben. Ja, das ist super. Einfach noch ein bisschen lauter, bitte. Dankeschön. Hm, nom, 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 nom. Boah, hier ist aber auch irgendwie ein Zug, ne? Es zieht. Nicht, dass wir uns verkühlen. Aber ich kränke eh schon die ganze Woche. Einen total, einen total steifen Nacken davon. Es zieht, ne? Hier zieht's. Nee? Ja, weil die genau da, ich sitz genau im Strahl. Prima. Können Sie mal froh sein, dass wir Platz getauscht haben. Das gibt ne Grippe. Entschuldigung. Könnten Sie sich ein bisschen kleiner machen? Sie verdecken die Untertitel. Pini. Da sitzt ne junge Dame hinter Ihnen, die kann gar nichts sehen. Hm, also ich kann gut sehen. Menno. Das sagt sie jetzt nur aus Höflichkeit. Ja, die sieht nichts. Praktisch blind. Oder sind sie wirklich blind? Nee. Richtiger Altmann. Das ist jetzt CGI, ne? Also man meint, das wär echt, aber das ist alles mit Computing. Digga, komm. Lass mich nicht ausrasten, jetzt reicht's, bitte. Ich will den Film gucken. Das ist übrigens CGI gerade gewesen, ne? Also das ist alles gar nicht echt, sondern Greenscreen. Mhm. Was sehr interessant ist auch, die drehen ja immer alles in... Ja, ja. Hallo, großer Mann. Das ist, ey, alles CGI gerade. Das ist nicht echt. Das sieht so aus, aber hast du mit Greenscreen gemacht. Ja, weil die Polen sind günstiger als die... Das ist übrigens CGI gerade, das Greenscreen. Das wurde in Polen gedreht, nicht in... Digga, chill mal jetzt, Alter, was ist los mit dir? Guck einfach den Film. Nee. Nee, der wird jetzt nicht... Der wird... Hat der nicht gemacht. Hat der nicht gemacht. Boah. Hast du das kommen sehen? Hast du das kommen sehen? Wow. Als ob. Ey. Never ever. Ich finde, das ist ein sehr eindimensionaler Charakter. Der macht keine Wandlung durch. Der ist sehr linear, alles erzählt. Also gefällt mir nicht. Boah, da was ist dimensional und lineal. Was redest du da? Guck den Film. Nee, geh ich nicht. Nee, das ist jetzt wirklich plump, ja. Das ist nur noch Blut, Gewalt. Gewaltdarstellung, Gewaltverherrlichung. Ich bin ein Schießer. Dolby's around. Alles gut. Ha! Heidewitzka. Typischer Jumpscare. Das hat gebrezelt, ne? Der Gärtner war es. Natürlich. Es ist immer der Gärtner. Wir müssen nicht weitergucken. Bruder, hast du zu viel CSI, MSI geguckt? Guck den Film! Nee, ich hab Tatort geguckt, ja. Wollen wir mal kurz austreten? Ich muss mal Wasser lassen. Was? Ich muss dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Ach, du willst die Palme wideln? Nein, ich muss hier Kaiser Wilhelm die Hand schütteln. Du meinst runterholen? Nein, ich muss strudeln wie ein Brauereipferd. Lass mich bitte durch. Bei mir nicht, jeder lang. Ich guck grad den Film. Wow. Entschuldigung. Oi. Hat mir doch einen von der Palme gewedelt. Boah, könnt ihr mal aufhören, da rumzuschnullen? Das ist hier kein Puff. Mach das mal zu Hause. Was sagst du da, Mann? Das ist ein... Das ist hier Haram. Sind sie eigentlich über 18? Ja. Also nicht wegen... Ich frag wegen dem Film. Also nicht, dass sie denken, dass ich... Ich will jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht irgendwie... Also ich will keinen Koitus oder irgendwas. Wenn dann nur, wenn sie über 18 wären. Aber darum geht's gar nicht. Lass mich doch. Ich will keinen Koitus mit der... Wie heißt du eigentlich? Nein heißt nein. Ich hab... Ich sag kein Sex. Ich will keinen Sex mit dieser Frau. Darum geht's auch gar... Ich wollte nur nochmal sagen, ich will keinen Beischlaf mit... Ich weiß nicht. Wegen dem Film hab ich gefragt. Das ist voll eib, ja. Ich will nicht bumsen, ich will nicht... Es reicht jetzt langsam. Keiner hat von... Digga, das ist das letzte Mal, dass ich mit dir wohin komme. Ein Meter Abstand, nur im Kino ist das schwierig. Ich spreche anderen Frauen wegen Sex an. Nein! Ja, nee, keine Sorge, der kann jetzt nicht sterben. Der ist wichtig für die Handlung. Okay. Scheinbar kann er doch sterben. Ist das der Film, in dem Iron Man stirbt? Digga, Alter. Sorry. Handys ausschalten im Kino. Du auch. Wann filmst du mit? Ich glaub, das ist Teil des Filmpiraterierings. Bruder, da von welchem Ring was redest du? Guck einfach den Film jetzt, bitte. Ich will das heimlich Film mit ihrem Handy und auf Kino XTO stellen. Wenn wir das jetzt nicht melden, machen wir uns mit strafbar. Das ist ein Straftat, dafür kommst du ins Gefängnis. War doch nur eine Whatzi. Alles gut. Sie hat den Film nicht mitgefilmt. Es war nur eine WhatsApp. Oh, nee. Aber das ist jetzt wirklich mega unrealistisch. Hallo, geht's noch? Das war ein täglicher Angriff. Ja, das war die Körperverletzung. Kann ich sie anzeigen für? Nehmen wir uns vor Gericht. Anzeige ist raus. Ich klatsche nicht für den Film, aber der Soundtrack war doch super. Oder? Kann man doch durchaus mal... Hans Zimmer, Qualität made in Germany. Komm, lass abholen. Ja, warte mal. Ich muss dem Kino hier definitiv noch einen Stern auf Kugel geben. Das waren absolute Wucherpreise, Holzklasse. Und einfach eine schlechte Gesamtleistung. Ey, wir müssen den Abspann noch gucken. Komm Digga, lass mal gehen jetzt. Wir haben den vollen Preis bezahlt. Ich schau mir doch den Abspann jetzt noch an. Viel Spaß dir. Und Müll mitnehmen, Sportsfreund. Das war's nicht scheint. Die Gama! Meinst du das ernst? Jetzt ist es vorbei. Digga, da sind nur noch Schriften. Komm jetzt! Nee, war schön. Schöner Abspann. Hat sich gelohnt. Bist echt durch, Digga. Weißt du ja, ne? Durch inwiefern?